KANTUGA! Nie nachlassen, die warten nur drauf. Besonders nachdem du ihnen so dermaßen den Hintern versohlt hast, Rollen. Gut, danke. Aber wo zum Teufel ist der hergekommen? Aus dem Schatten. Typische Feiglinge! Wo steckst du? Wenn du ein Krieger sein willst, dann komm raus und zeig dich! Niemals! Sehr dramatische Vorstellung. Mehrfach kann man auf sowas stehen, wenn sich unter so einer Art Frau fühlt. Frech und unverschämtliche Malers, KANTUGA! Überleg dir doch mal was Neues! Nun, du kennst mich! Oder hier? Wer bist du denn überhaupt? Wer war das? Ich hab dich noch nie nachdenken können. Ja, mach ich auch nicht gern. Hält mich nur auf! Frech und unverschämtliche Malers, KANTUGA! Überleg dir doch mal was Neues! Woher kennst du das? Egal, wie geht's meinem Komande denn so? Ähm, sehr gut! Na, was haben die denn? Okay, ja! Dir vertraue ich nicht! Du! Was würdest du mit solcher Macht vollbringen? Lehre mich, oh Meister! Hey, hey! Langsam, Jungs! Was ist denn hier los? Hey, komm wieder her! Dann mal los! Ich bin ganz hohr! Eine Meinungsverschiedenheit. Weiter nicht! Seh ich so blöd aus? Ach, hau ab! Wie war das? Schön, bleib hier, KANTUGA! Fühl dich wie zu Hause! Ich verstehe nicht! Ich habe es wohl falsch angepackt! Ich war sauer! Ich hätte nicht... Er war nicht er selbst! Aber ich wüsste schon gern, warum er so wütend war! Ich werde. Als ich어를 damitìm, würde ich mich noch nicht dadurch rápido vãokemmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's.